Es war eine Schnupftabakdose, die hatte Friedrich der Große sich selbst geschnitzt aus Nussbaumholz, und darauf war sie natürlich stolz. Da kam ein Holzwurm gekrochen, der hatte Nussbaum gerochen. Die Dose erzählte ihm lang und bereit von Friedrich dem Großen und seiner Zeit. Sie nannte den alten Fritz generös. Da aber wurde der Holzwurm nervös und sagte, indem er zu bohren begann, »Was geht mich Friedrich der Große an?«